Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit mir, dem Gaudi Zocker. Ihr seht richtig, wir sind hier heute auf Minecraft unterwegs und zwar habe ich ein Tutorial hier für euch, das erste, was wir hier bis jetzt auf unserem Kanal hatten. Und zwar bauen wir heute eine OneTick Farm und die kann man jetzt nicht hier mit Kelp bauen, wie wir sie hier in dem Beispiel gebaut haben, da geht sie auch am schnellsten. Aber sie ist auch mit Zuckerrohr möglich, aber es dauert ein bisschen länger, aber ist trotzdem noch schneller, als wenn es normal wachsen würde. So schaut es dann aus, wir bauen es jetzt gleich noch, wir werfen es jetzt einmal kurz an und dann seht ihr da oben schon, das droppt relativ schnell raus und wird dann hier, haben wir es jetzt mit dem Ofen verbunden, weil man kann es nicht hier schön mit dem Ofen dann verbrennen und dann kommt eben ein getrockneter Seetang raus und wie ihr hier unten schon seht, man kann die dann zu getrockneten Seetangblöcken machen und die sind sehr hilfreich, um das als Brennstoff zu benutzen, weil es ist sehr lange andauert. Und ihr seht schon, die Flamme geht fast nicht runter, das ist fast so gut wie ein Lava-Eimer und ist leicht produzierbar mit dieser krassen OneTick Farm, die wir uns heute hier in dem Video anschauen. Die Sachen, wo wir hier dafür brauchen, haben wir hier in dieser einen Kiste mal, also wir haben an sich einen simplen Trichter für die Kiste und natürlich braucht ihr noch einen Bonus-Trichter, falls ihr das mit dem Ofen eben verbinden wollt. Dann haben wir Steinziegel oder halt, da kann man eigentlich jeden beliebigen Block nehmen, halt so zum Bauen, Erdblöcke eben zum Hochbauen, wenn ihr jetzt in Survival bauen wollt, ist auf jeden Fall sehr hilfreich für Survival. Wir bauen uns jetzt hier in Kreativ, deswegen brauchen wir die jetzt erstmal nicht. Und die Kiste natürlich, um das alles abzufangen und rauszuholen. Dann haben wir vier Redstone nur, relativ wenig sogar, drei Sand, einen normalen Kolben, einen Sticky Piston, einen Redstone Verstärker, dann noch Glas, um eben oben die Kuppel zu bauen. Und die kann man auch aus Stein bauen, theoretisch, aber wir wollen halt sehen, wie es halt funktioniert, weil so kann man halt auch die Farm, wenn es vielleicht kaputt geht oder so, besser reparieren. Dann brauchen wir die Wassereimer für, halt, dass das Kälbjohr wachsen kann. Und drei Redstone Fackeln, eine Slap, dann eben Kälb und ein Hebel, um das Johr anzuwerfen. Wir nehmen das Ganze jetzt mal hier raus, damit wir auch die hier direkt einmal bauen können. Und zwar, einmal bauen wir jetzt erstmal das Steinfundament, wie ihr hier schon seht, da haben wir so ein komisches, so eine Art Viereck mit einem Loch dazwischen. Damit starten wir direkt jetzt hier, wir können jetzt hier auch eben als Baublock das so benutzen, damit wir halt hier leichter bauen können, natürlich. Und das Fliegen hilft natürlich jetzt auch, aber die Farm ist tatsächlich sehr leicht baubar im normalen Modus, in Survival. Jetzt haben wir hier noch einen Stein, da wo jetzt hier gerade noch der Trichter ist. Wenn ihr eben das mit dem Ofen verbinden wollt, könnt ihr hier einen Trichter machen, aber ihr müsst bedenken, dass der Hebel hier daneben auch den Trichter, sozusagen, ja, Energie gibt. Deswegen läuft sozusagen auch der Ofen nur, wenn die Farm läuft, das müsst ihr halt bedenken. Wir haben jetzt halt hier mal simpel, auf jeden Fall mal nur einen Stein hingebaut, weil wir jetzt erstmal das ohne Ofen bauen. Und dann starten wir eben. Wir haben erstmal einmal kurz die Redstone-Fackeln aus dem Inventar holen. Da haben wir sie. Den Hebel brauchen wir erstmal noch nicht. So. Und dann haben wir hier, den müssen wir natürlich richtig rumbauen. Wieder falsch rum, stark. So, jetzt haben wir das so auf die kürzeste Ding, damit eben auch keine Verzögerung ist. Dann hier unten ein Redstone drunter. Ihr seht schon, das blinkt jetzt voll, deswegen machen wir dann gleich mal den Hebel auch wieder her, damit wir das abschalten können. Das wäre natürlich doof, wenn das jetzt hier die ganze Zeit blinkt. Dann tun wir uns den Hebel direkt wieder rein. Mal für die Kiste hier. Und jetzt können wir hier schon mal den Hebel hier vorne hin platzieren und ausschalten. Jetzt blinkt es auch erstmal gerade mal nicht mehr. Ist auf jeden Fall angenehmer für die Augen. Dann haben wir hier eine Slap. Dann nochmal, dann eben hier der Pisten, der wo dann eben mit dem Redstone da bepowert wird. Das, was wir hier jetzt eben auf die Slap draufsetzen. Jetzt seht ihr schon, der Pisten ist ausgefahren. Das ist ganz wichtig. Also wenn der Pisten nicht ausgefahren ist, heißt es, dass ihr irgendwas falsch abgebaut habt. Und das ist natürlich nicht gut. Dann müsst ihr dann immer gucken, dass es am besten genauso ist, wie es jetzt hier bei uns hier gerade ist. Dann bauen wir hier eben die... Die... Eine Leiter. Und dann haben wir jetzt hier so eine Redstone Fackelleiter sozusagen, um das Signal hier hochzuleiten. Und dann benutzen, können wir hier nämlich schön mit Redstone dann noch den Sticky Pisten bepowern, der dann eben da oben das ganze Kälb abfarmt. Und das ist dann eigentlich schon so erstmal die Grundstruktur. Und jetzt seht ihr hier, die Sandflöcke sind eben dafür da, dass es erstmal da wachsen kann. Und dass hier auch diese, sozusagen diese One-Tick da erzeugt wird, der dann dafür sorgt, dass das Wachstum sehr schnell läuft und so eben ganz schnell abgefahren wird. Und dass hier der Sand eben nicht runterfällt, braucht ihr hier noch einen Stein. Das ist ganz wichtig. Das vergisst man leicht, damit der Stein da eben nicht runterfällt. Ähm, genau. Und ich sehe schon, wir haben den ersten Fehler gemacht. Wir haben hier tatsächlich die Kolben vertauscht. Und natürlich, der Sticky Pisten muss hier unten hin für den Sand, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Dann kommt eigentlich eher erst der erste Sand, dann auch der zweite und dann direkt der dritte drauf. Und natürlich, jetzt haben wir so an sich das Redstone-Signal und die Grundstruktur schon mal alles richtig. Jetzt können wir nämlich schon mal direkt einmal die Kiste, das ist immer ein bisschen doof hier, bei der Playstation mit dem Inventar switchen. Den Hebel brauchen wir nicht mehr. Den Trichter nehmen wir mal mit für die Slap, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann können wir jetzt hier eigentlich schon direkt die, ja, wir machen jetzt direkt eine Doppelkiste, damit wir natürlich relativ viel speichern können. Dann haben wir auch den Trichter, äh, den Trichter dann eben das sozusagen befüllt, die Kiste. Das ist auf jeden Fall auch der. Natürlich immer dran denken, sneaken und direkt hier an die Kiste anschließen, damit es hier auch reinfüllt. Weil es kann sein, dass man, wenn man eben nicht an die Kiste sneakt, dass er eben dann den Trichter auf dem Boden platziert und die Verbindung hier zu dem Sandblock zum Beispiel macht. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann bringt uns das ja alles gar nichts. Jetzt fehlt natürlich noch die Glasstruktur und das Wasser. Das ist jetzt, wir brauchen jetzt erstmal das Glas, damit wir dann auch das Wasser reinfüllen können, ohne dass es rausläuft. So, Redstone-mäßig haben wir jetzt halt alles schon fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal relativ fix gegangen. Und jetzt halt müssen wir eben hier einmal wieder draufsiegen, damit wir die Kiste nicht öffnen. Und jetzt hier einfach sozusagen außenrum einfach ein schönes Glasding hochziehen, damit nichts außenrum fällt, also nichts verloren geht. Wir wollen die natürlich sehr produktiv machen, damit das auch alles funktioniert. Und die muss hier oben eben Platz lassen, weil da kommt eigentlich dann auch das Wasser hin. Das heißt, wir machen das mal erstmal weg, damit wir da auch das Wasser ohne Probleme hin platzieren können. Und jetzt noch hier das Glas dann nehmen. So. Machen wir es so. Nicht mehr so viel Platz einnehmen, damit es ja auch schön platzsparsam ist. Und jetzt hier oben drauf noch. Na, hau doch. Genau so. Und jetzt halt müssen wir dann eben das Wasser schon mal platzieren. Da kommt jetzt das 1 eben hier unten hin. Da fällt der Glasflock. Den haben wir. Hier haben wir den Glasflock vergessen. Und so. Haben wir jetzt hier oben ein Wasser. Das sperren wir hier runter. Und hier unten ein Wasser. Und deshalb können wir natürlich auch das hier stabil hin platzieren. Und jetzt müssen wir hier unten noch einmal, können wir jetzt jetzt hier noch zwei normale Blöcke aufbauen, dass hier auch kein Loch ist. Machen wir das einmal hier so. Perfekt. Das ist jetzt hier auch schön abgeschlossen. Und deshalb müssen wir hier einmal vorbeisneaken, um uns da schön unser Kälb anzupflanzen. An den Püsten hier. Genau. Jetzt seht ihr schon, das ist jetzt angepflanzt. Und deshalb müssen wir eigentlich nur noch den Deckel draufziehen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit unserer Kälbfarm. Das ist jetzt eigentlich genau identisch. Ihr seht es schon. Es schaut eigentlich genau gleich aus. Deswegen sollte es jetzt auch funktionieren, außer halt eben der Ofen. Das heißt, wir schauen jetzt mal. Der Moment der Wahrheit. Wir klicken den Hebel an und gucken mal, ob sie funktioniert. Und ihr seht, das Kälb fließt da ununterbrochen. Jede Sekunde. Eben wie die One-Tick-Farm schon sagt. One-Tick einfach rein. Die Kiste wird gefüllt. Und ihr seht, es geht mega schnell. Und es geht dann eben auch noch mit Zuckerrohr. Wir können es jetzt einmal hier nochmal testen. Wir machen hier einmal die Farben nochmal aus. Dann müssen wir uns einmal kurz Zuckerrohr ins Inventar machen. Wo haben wir denn das Zuckerrohr jetzt? Das müssen wir erstmal finden. Das ist relativ schwierig. Am PC geht das ein bisschen leichter natürlich. Das müsste hier irgendwo zwischen dem Pflanzen sein. Ja, natürlich ist jetzt aber das Inventar weggeklickt. Die Steuerung kann man natürlich echt ein bisschen verbessern, finde ich jetzt. Theoretisch könnte man machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade lost bin oder warum ich das hier gerade nicht finde. Wir haben einfach mal alle Dinger hier aufgemacht. Ah, das ist gar gar nicht in so einem Inventarslot. Das ist nicht hier direkt drinnen. Das haben wir natürlich direkt gejoked. Man kennt es. Einfach komplett verkackt. Jetzt machen wir einmal hier das Wasser weg, weil Zuckerrohr braucht natürlich kein Wasser. Und hier das Kelb weg. Und jetzt ist das Wasser weg. Jetzt placen wir direkt. Oh, das obere Wasser ist noch da. Hier ist noch Wasser da. Das finde ich nicht gut. Nein, ist falsch. Ja, wir placen mal hier jetzt den Kolben weg. Und jetzt hat... Ist das Wasser weg. Perfekt, genau. So wollen wir es haben. Jetzt können wir hier das Ding hin placen, wenn es geht hier. Ah, jetzt verstehe ich den Fehler. Genau. Das ist komplett lost wieder mal. Natürlich. Jetzt müssen wir hier das leider ein bisschen... Also, was heißt leider? Ein bisschen mehr Glas benutzen, um hier sozusagen nochmal einen... Ja, was heißt Wasserkäfig zu benutzen. Jetzt habe ich das ganze Redstone weggeschwemmt. Super, bester Redstone-Bauer aller Zeiten. Richtig strong hier von mir. Wenn wir jetzt hier die Fackel noch vergessen. So, jetzt müsste aber wieder alles da sein. Ähm... Und jetzt können wir natürlich, weil das Wasser davor gefehlt hat, müssten wir jetzt das hier anbauen können. Schauen wir mal. Ja, und es ist da. Funktioniert. Dann machen wir natürlich wieder oben zu, damit es schön ausschaut. Und jetzt haben wir hier unsere One-Tick-Farm. Länger. Aber es geht auf jeden Fall schneller als normales Zuckerrohr anbauen. Ist auf jeden Fall ein kleiner Trick. Genau das ist das erste. Jetzt können wir mal kurz schauen, wann das zweite kommt. Und... Müsste gleich kommen. Ja, da ist das zweite. Und ihr seht schon, es geht auf jeden Fall deutlich schneller als mit normal anpflanzen vom Zuckerrohr. Deswegen ist das auf jeden Fall ein nicer Move. Ihr könnt es mit Kälb machen. Da geht es sehr schnell. Also wirklich One-Tick. Und hier eben mit Zuckerrohr. Mega nice. Baut euch das nach. Ist sehr simpel und sehr hilfreich in Survival und allem drum und dran. Weil Zuckerrohr für Bücher kann man ganz geil nice benutzen. Und Kälb eben für unendlich Brennstoff. Ballert auf jeden Fall richtig hart. Gönnt euch das. Ultra nice. Eine Sache habe ich jetzt noch tatsächlich vergessen. Und zwar schaltet die Farmen immer aus, wenn ihr die Welt verlasst. Da es dazu führen kann, dass der Sandblock dann runter droppt. Und dann ist die Farm kaputt. Ihr müsst es dann wieder reparieren. Ist aufwendig. Wollen wir alle nicht. Deswegen schaltet die Farms aus, bevor ihr die Welt verlasst. Und dann könnt ihr wieder reinschauen und sie wieder anmachen. Dann funktioniert wieder alles astrein. Aber wenn ihr sozusagen die Farms laufen lasst, raus geht, dann kann es zu Fehlern kommen. Und das wollen wir natürlich nicht. Spart euch das auf jeden Fall. Das wollte ich noch nachreichen. Es wäre einfach eigentlich die beste Option, in Survival das so zu bauen, weil ihr kennt das alle. Die Playstation YouTuber von Minecraft sind relativ in der Unterzahl. Vieles funktioniert auf PC, aber ihr kennt das alle. Playstation ist dann nicht ganz so. Da funktionieren manche Sachen nicht. Deswegen, das da funktioniert wirklich Playstation, Xbox. Gönnt euch das. Ist auf jeden Fall nice. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier noch ein Like da lasst. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Tutorial weitergeholfen hat. Und das Tutorial euch sozusagen bei euch funktioniert. Bei eurer Welt könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, ob es bei euch funktioniert oder nicht. Wenn nicht, immer nochmal überprüfen, ob ihr irgendwas vergessen habt oder irgendwas falsch gebaut habt. Und natürlich würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao.